Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Daily-Video auf dem Finanz-WG-Kanal. Wir werden uns heute wie immer die wichtigsten News des Tages anschauen. Vorher nochmal kurz eine kleine Sache zu den Leitindizes. Und zwar der DAX scheint sich hier oben ganz gut zu halten. Bis jetzt ist noch die Frage, wie lange das aussteht. Ich denke, das wird hier schon nochmal eine vielleicht ganz kurze Konsolidierung von 2, 3, vielleicht mehr Wochen geben. Und der Dow Jones hat gestern im leichten Minus geschlossen, also wieder unterm All-Time-High. Aber alles in allem sieht es hier bis jetzt noch recht gut aus. Ja, ich würde sagen, wir kommen dann auch direkt mal zur ersten News. Und zwar sieht es bei BMW bzw. den ganzen deutschen Autoherstellern, wir hatten ja gestern News zu Daimler, auch ziemlich gut aus. Und bei BMW liegt es jetzt daran, sie haben Prognosen fürs nächste Jahr gegeben. Sie sagen auch, dass die Bestellungen hochgehen werden. Und insgesamt ist ja im Jahr 2020 das EBIT, also das Ergebnis nach Steuern, um 25% gefallen. Und dieses soll dieses Jahr wieder auf 6-8% hochklettern. Das wäre schon mal ziemlich gut. Gut, außerdem läuft die Elektroforschung natürlich ziemlich gut, genauso wie bei Daimler. Also man muss schon sagen, die deutschen Autokonzerne kommen da jetzt wirklich rein, in dieses Elektro-Auto-Game, sage ich jetzt mal, Tesla hier ordentlich Konkurrenz zu machen. Und außerdem soll der i4, also der BMW im i4, früher kommen. Drei Monate früher soll das Ganze laufen. Und außerdem sollen dann im nächsten Jahr der 5er und der X1, die momentan die Verkaufsschlager sind von BMW, folgen als Elektromodelle. Und ich würde sagen, das sind doch schon ziemlich gute News. Auch dahingehend, dass, wie gesagt, die deutschen Autokonzerne sich mal etwas mehr elektrifizieren. Ja, dann kommen wir auch direkt zu einer News von Tesla. Und Tesla hier ein wenig gebounced. Trotzdem, ja, ich sage jetzt mal guten News. Und zwar waren die News, dass Tesla bis jetzt schon fast 6 Milliarden Dollar, beziehungsweise 5,8 Milliarden Euro in Grünheide investiert hat. Und das ist schon ziemlich stark, denn sie wollen ja da ein ultimativ großes Werk, sage ich mal, hinstellen, was bis zu 500.000 Autos im Jahr produzieren soll. Und das ist ja schon ziemlich, ja, also wirklich groß, muss man sagen. Das ist ja dann eine Riesenfläche, falls ihr mal gesehen habt bei Elon Musk auf Twitter. Der postet manchmal so Drohnenfahrten darüber. Das sieht schon ziemlich beeindruckend dort aus. Und er möchte da ja außerdem auch die größte Batteriefactory hinbauen. Und das würde ich auch sagen, ist ziemlich interessant. Trotzdessen hat Tesla hier einen kleinen Dump gehabt. Tesla insgesamt ja schon sehr stark korrigiert in letzter Zeit. Was war das? Ich glaube, eine 40% Korrektur hatten die hier von All-Time-High runter. Ja, fast 40%, also fast genau 40%. Und das ist schon ziemlich hoch, muss man sagen. Wobei der Kurs natürlich immer noch ziemlich hoch ist. Also wenn man überlegt, dass am Anfang der Pandemie, beziehungsweise da am schlechtesten Zeitpunkt, hätte man Tesla auf jeden Fall für unter 100 Dollar kaufen können. Für weit unter 100. Ja, also das hätte man hier auf jeden Fall hinbekommen. Und sie sind jetzt gerade in einem schlechten Zeitpunkt auf 670 Dollar. Also das ist natürlich schon ziemlich stark. Und die Marktkapitalisierung sind auch immer noch 650 Milliarden Dollar. Ja, dann als nächstes zu Plug Power. Das wird wahrscheinlich die meisten von euch interessieren, was da passiert ist. Denn Plug Power ist gestern um 8% gefallen. Und ist dann nochmal nachbörslich um, wo sind wir gerade, 12% gefallen. Das ist natürlich ziemlich heftig. Und woran liegt das genau? Genau. Und wir haben uns das schon im Vorhinein gedacht, dass das passieren wird. Denn es liegt daran, dass die Jahresbilanzen, die Plug Power herausgebracht haben, nicht stimmen und Fehler enthalten. Und das ist uns auch bei unserer Aktienanalyse aufgefallen. Wir hatten dort Zahlen, die haben in den Jahren 2018, 19 und 20, haben die Jahresabschlüsse nicht gestimmt. Und das haben wir auch schon bemerkt. Da haben Zahlen zusammengerechnet einfach keinen Sinn ergeben. Dann die Entrechnung hat auch keinen Sinn ergeben. Also da ist etwas anderes rausgekommen. Sie hatten dann Zahlendreher drin, wo sie was ausgetauscht haben. Dann ist noch was anderes rausgekommen. Und zudem haben sie dann noch andere Werte nicht richtig berechnet, die auch in diese Jahresbilanz einfließen würden. Deshalb sind die hier stark gedroppt vom Kurs. Ich gehe mal davon aus, dass aber diese Linie hier, diese Trendlinie, die ich hier mal eingezeichnet habe, halten wird. Ansonsten, falls diese nicht hält, kann man sich ja immer momentan sehr gut an dem 200 Tage gleitenden Durchschnitt orientieren bei Aktien. Dieser hält eigentlich ziemlich gut. Da sieht man auch ganz klar, dass dieser dann halten könnte. Aber das wäre ja schon eher Worst Case, wenn man sagen würde, dass Plug Power nochmal hier von den, ja wo sind sie gerade, 37 Dollar, dann nochmal wirklich auf die 25 Dollar fallen würde. Das wäre ja nochmal 30% Korrektur etwa. Das wäre schon etwas heftig. Aber ich denke, dass wir hier auf jeden Fall nochmal an die Linie gehen werden. Das heißt, man könnte hier auf jeden Fall nochmal ganz gut einsteigen, wenn man zumindest davon ausgeht, dass Plug Power in der Zukunft natürlich sehr erfolgreich ist. Denn sie sind natürlich auch ganz klar sehr hoch bewertet. Aber falls ihr mehr zu Plug Power wissen wollt, schaut euch gerne unsere neue Aktienanalyse an. Wir haben dort auch versucht, die Zahlen etwas zu korrigieren. Ich weiß natürlich nicht, ob sie ganz stimmen, aber sie sollten etwa in diese Richtung gehen auf jeden Fall. Und ja, falls euch das Video wie immer gefallen hat, lasst doch gerne ein Like oder ein Abonnement da. Ansonsten sehen wir uns zu einem neuen Daily News Update morgen oder zu einer Aktienanalyse morgen. Bis dann, ciao.